willkommen bei der monatsverlosung von wildkit wir verlosen heute ein 8 gigabyte ipod touch leider diesmal nicht live und direkt hier im video screencast online weil unser schönes video aufnahmestudio was ja in wirklichkeit der eingangsbereich von wildkit hier in gronau ist leider im moment besetzt wird von kistenweise paletten palettenweise kisten von der dortmund convention und deswegen haben wir da jetzt gerade nicht so den platz um rum zu touren also dann starten wir mal mit der ersten verlosung beziehungsweise mit den ersten drei verlosungen wie immer fangen wir mit den trostpreisen an ja also ein promo trostpreis whatever wir werden schon was lustiges rein tun geht an die los nummer mit der ende mit dem ende 6 die zweite ziffer von hinten ist die hört gar nicht mehr auf 1 und dann haben wir die 0 und dann kommt die 1 die nächste ziffer die 7 so 2 haben wir noch der ist gerade stehen geblieben läuft weiter so 2 und die 4 also 4 2 7 1 0 1 7 6 hat gewonnen ups kommen wir zur nächsten oh muss ich neu laden halt stop so wir suchen die user gleich raus es ist mir uns dauert das video hier zu lange ich spreche am ende einfach mal die gewinner drauf wir ziehen das nächste los die endziffer ist schon mal die 3 davor ist die 4 davor ist die 7 davor die 6 davor ist die 5 und die erste ziffer ist bestimmt die 4 auch die 5 5 5 6 1 7 4 3 Glückwunsch so jetzt kommt das dritte wir losen schon fleißig wir losen schon fleißig ja das ist die 4 die letzte ziffer davor kommt die 9 ich sag mal jetzt kommt die 6 ne wieder eine 9 ja komm dann kommt jetzt noch eine dritte 9 ah die 1 jetzt habe ich immer falsch geraten die 6 jetzt sage ich die 5 und es ist die 4 deswegen spiele ich kein lotto die erste ziffer ist die 9 also 9 4 6 1 9 9 4 so jetzt haben wir die drei gewinner der promo packs und jetzt kommen wir zum großen monats hauptpreis monat mai der mai hauptpreis ist diesmal kein ipad sondern eine stufe kleiner ein ipod und zwar das 8 gigabyte ipod touch und das hat gewonnen die losnummer 0 2 also jetzt rückwärts ne 8 so einmal rate ich noch ich sag jetzt kommt eine 5 meine 5 muss ja auch mal kommen oh 6 ich bin nur ein daneben vorhin kam die 4 jetzt kommt die 6 aber hallo so und jetzt kommt die 7 und jetzt kommt meine 5 oder äh die 4 also 4 7 6 3 8 2 0 ich bin es nicht so viel kann ich sagen so jetzt schauen wir mal äh wer die gewinner sind und ähm ja ich glaube die schreibe ich in den blog dann müssen wir jetzt das video nicht groß anhalten ähm in diesem sinne viel glück im nächsten monat jeden tag ein losziehen einloggen da ist direkt auf der community startseite ist der kleine losziehbutton da sieht man auch wie viel lose man gezogen hat man kann jeden tag ein los in den pott schmeißen die hier gezogen werden also die 30 fache chance gegenüber einem der es nur schafft sich einmal im monat einzuloggen ja viel glück äh monat juni läuft ab jetzt äh toni läuft